Wir müssen was tun. Jochen, wir müssen auf den Kunden zugehen. Für uns werben. Betteln? Das ist unter unserer Würde. Die Leute kaufen nicht nur das Produkt, sondern sie kaufen uns. Und wenn sie vergessen haben, wofür wir stehen, dass wir gut sind, dann müssen wir das wiederbeleben. Unsere Produkte stehen für sich und das schon seit Jahren. Eingeschlafene Füße. Eingeschlafene Füße? So denkst du darüber. Ja, wir müssen endlich raus aus diesem Schneckenhaus der Routine. Wieder Leidenschaft zeigen, ha? Darf ich bitte auch mal was sagen? Du hältst dich da aus! 11 Uhr. Entschied' sich auch mal was. Eingeschlafene Füße. euch w Advent. Eingeschlafene Füße. Eingeschlafene Füße. Vielen Dank.